Hallo, heute Abend möchte ich euch zeigen, wie wir mit Mikrowellen zwangsbestrahlt werden. Wir sind hier auf einer Bahnreise durch NRW und der Frequenzmeter schlägt durchgehend aus, also die ganze Zeit. Und wer zum Beispiel keinen Mobilfunk nutzt und so weiter, wird trotzdem dauernd zwangsbestrahlt, die ganze Zeit mit Mikrowellen. Also es geht durch Betondecken, durch Wände, Türen, Dächer und folglich aus durch diese Menschen. Und ihr könnt euch mal informieren, was das den Zellen, dem Gewebe, dem Hirn und so weiter tut. Nur mal zu sagen, ja. Okay, tschüss. Türen, Dächer und Dächer